Hier muss irgendwo was sein. Wo seid ihr? Ihr müsst fichern. Guck mal eine kleine Fackel. Okay. Ein bisschen hochbuddeln. Ist da irgendwo eine Höhle? Nicht? Wo seid ihr? Komisch. Echt komisch. Seid ihr hier? Ja, wird lauter. Oh, verdammte Scheiße. Irgendwo hier sind welche. Kommt her. Vielleicht da unten. Wer ist das? Wer ist das hier? Nee. Da, verdammte Scheiße. Guckt euch das an. Müssen wir die irgendwie totkriegen? Da, ganz viel Sonnen. Ja. Ja. Ah, eigentlich noch mal tot. Komm her. Kommst du her. das bringt einfach runter wir sind jetzt voll die helden ja und so schwer da und unser unser witzig nicht und so verdammt und schnell und alles weg ist wir brauchen eine rüstung und das ihr schweine so ausgaben so zu machen ha ha schweinehunde so jetzt haben wir ja ein zu ein zombie zu wo es hier eine kiste in jeder dann gibt es eine kiste leute ist lasst uns mal gucken schon ganz gespannt und alles beleuchten muss doch irgendwo ne wo geht es dahin da ist schon mal ein zombie okay wenn wir die spawner abbauen passiert irgendwas schönes gucken wir mal bauen wir mal die spawner ab okay genau wir uns weiter hier rum beleuchten wir die ganze scheiße erst mal hier ist bestimmt irgendwo eine kiste moos steine nehmen wir alle mit haben wir jetzt noch eine spitzhacke mitgenommen oder haben wir jetzt eine holzspitzhacke haben wir noch na super gucken ob wir hier irgendwo eine kiste finden mit einem sattel um schweine zu reiten das war ein zombie spawner haben wir den inventar aber muss ganz viel moos steine damit können wir dann ja moos steine muss doch irgendwo eine kiste sein aber ich weiß nicht damals war jedenfalls glaube ich bei jeder höhle von spawner war aber gab es auch kisten wenn ich ganz irre also wenn ich eine hölle dann habe ich auch eine kiste hiervon also wo ist die kiste wo bist du so hier ist keine kiste ist da lang ist da noch eine höhe da ist noch ein moos stein die nehmen wir alle mit was wir brauchen wir natürlich noch ein bisschen eisen dafür uns vielleicht eisen werkzeuge bauen können das habe ich bis jetzt hier noch nicht gesehen wäre toll wenn wir hier irgendwie eine eisenquelle finden können hier scheint nichts weiter zu geben dann gehen wir auch später unser haus weiter an mich hat halt nur interessiert was hier so unten los ist bullen wir überall einmal rein und gucken ob wir irgendwo eisen finden nein da ist auch kein eisen da ist auch kein eisen ne ne leutis das ist richtig scheiße aber wir gucken uns mal huch da ist ein loch oder ne gibt es hier eisen ne ok ok verdammte strömung ist so ok es wundert mich ja jetzt dass hier nichts drin ist wie kommen wir jetzt hier wieder raus hoch ich bin ja irgendwie wieder ich muss mal hier reingekommen da ja da ich bin ja auch mit diesem kleinen treten oder oder was ist das warte das ah hoch so hopf hm 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 geht es hier wirklich aus hm 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 Da ist eine Spinne. Und noch eine Spinne. Oh, und wir haben nur noch einen Energiepunkt. Ah, nein. Ah, geh weg. Hau ab, geh weg. Ich will nicht sterben. Einen Energiepunkt nur noch, Leutis. Und hinter uns sind zigtausend Spinnen und wissig nicht. Und, ah. Schnell weg hier. Haut bloß ab. Ihr Mistviecher haut ab. Ich mag euch nicht. Wo geht's jetzt hier nach Hause? Da, oder? Bin ich jetzt hier richtig? Verdammt. Ah, ein Zombie. Wo ist unser Haus? Wo ist unser Haus, Leutis? Weg ist es. Ich seh hier nichts. Ich seh hier gar nichts. Nein, ich will nicht sterben. Hau bloß ab, geh. Da ist... Nein. Uff. Geh weg, geh weg. Hau ab, geh weg, geh weg. Ab. Ah. Nee. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo ist unser Haus, Leutis? Wo ist unser Haus? Weg ist es. Puff, weg. Sind wir jetzt hier einigermaßen sicher? Nee. Ah, kommt eine Spinne. Hau bloß ab. Wo sind wir denn jetzt hier zu Hause? Verdammte Scheiße. Das muss doch irgendwo hier... Oh, oh, nee, tot. Leutis, so eine Scheiße. Schnell schlafen. Und dann gucken wir da draußen am Tage mal rum, wo unser Hens ist. Moosstein. Das, was wir alles abgebaut haben. Das ist alles weg. Wo? Hier vielleicht. Wo sind wir gestorben? Oh, das war mein PC. Der wird mir fast runtergefallen. Verdammte Scheiße. Ich muss doch irgendwo... Wir müssen doch hier irgendwo gestorben sein. Ich muss doch irgendwo was... Am Wasser sind wir vorbeigekommen. Das weiß ich noch. Am Wasser sind wir vorbeigekommen. Und dann haben wir hier und hupf und die Macht. Und dann sind wir hier lang gerannt. Und da lang gerannt. Und hier vielleicht lang gerannt. Nicht? Ach, Mensch. Unsere ganze Moosstein ist alles weg. Eine Feder haben wir jetzt. Ich will keine Feder. Ich will meine... ...meine Ausrüstung haben. Oh, da ist ein Creeper. Schweine, Mistvieh. Hau bloß ab. Da sind wir lang gerannt. Ja, stimmt. Hier. Da sind wir gestorben, Leute. Da ist unser ganzes Mistzeug. Wüsste ich nicht. Was tolle Sachen. So. Creeper. So. Unser Leder. Unser Schwert. Oh ja, nee. Ja, weg. Schnell nach Hause. Haben wir alles, was wir brauchten. Da springen Creepern rum. Hau bloß ab, du Mistvieh. Uiuiuiui. Was für eine Nacht, da, Leute. Was für eine Nacht, ey. Haben wir die Zeit vergessen. Und dann sind wir im Dunkeln rumgehört. Und haben nicht mehr in der Rosé von mir. Nächstes Mal springen wir ein paar Brotgruben. Und dann passt das. So. Okay. So. Gut. 33 Moossteine. Pfeile ohne Ende. Knochen. Federn. Ja. Und Leder. Dann brauchen wir uns jetzt gleich eine Lederrüstung. So eine Schaufel. Eine Steinachst. Und eine normale Axt. Wollte ich gerne auch. Haben wir nicht mehr. Okay. Bauen wir uns. Ja. So. Irgendwie. So. Und. Haben wir noch. Kogelsturm haben wir vorbei. Okay. Dann bauen wir uns jetzt was Schönes. Zum Anziehen. So. So. Nicht. Wie war denn das? Vielleicht so. Ja. Eine Lederkappe, Leute. Jetzt haben wir eine Lederkappe. Jetzt gucken wir mal. So sehen wir aus. Ohne Lederkappe. Da sind wir mit Lederkappe. Ja. Verdammt. Okay. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall eine Axt. Weil wir wollten ja unser Haus noch ein bisschen weiter bauen. Und das würde ich gerne ein wenig verkleiden mit Holz. Damit es ein bisschen schick aussieht. Gehen wir uns mal ein paar Bäumchen füllen. So. So. Okay. Bäume füllen. So. Leute. Jetzt müssen die Bäume dran glauben. Axt. Okay. Nehmen wir uns mal den Baum da vor. Der wächst so ein bisschen. Der wächst so ein bisschen klein. So. So. Okay. Den Baumwoll machen wir gleich hier. Na. Haben wir jetzt schon ein paar Setzlinge. Nicht? Damals gab es hier immer. Da. Baum Setzlinge. Nehmen wir uns jetzt ein paar. Weil wenn wir abholzen, dann müssen wir auch nachpflanzen. Dass uns das Holz hier nicht irgendwann ausgeht. Das wäre nicht so schön. So. So.